Ich habe ChatGPT einen Persönlichkeitstest machen lassen und das, obwohl die KI ständig behauptet, keine Persönlichkeit zu haben. Mit vielen Tricks habe ich ihr doch einige Antworten entloggen können und in diesem Video zeige ich dir, welcher Persönlichkeitstyp ChatGPT ist. Die Fragen stammen aus dem 16-Personalities-Test, den jeder von euch kostenlos online machen kann. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Schreib gerne auch mal rein, was bei dir herausgekommen ist. Schauen wir uns zuerst einmal an, was man überhaupt unter dem Begriff Persönlichkeit versteht. Asendorf versteht darunter folgendes. Unter der Persönlichkeit eines Menschen wird die Gesamtheit seiner Persönlichkeitseigenschaften verstanden, die individuellen Besonderheiten in der körperlichen Erscheinung und den Regelmäßigkeiten des Verhaltens und Erlebens. Diese Definition gilt lediglich für Menschen. Es ist fraglich, ob eine KI überhaupt so etwas wie eine Persönlichkeit besitzt und wie man sie am besten definieren kann. Die dem 16-Personalities-Test zugrunde liegenden Persönlichkeitstypen orientieren sich an den Theorien des Psychologen Carl Gustav Jung. 1945 wurden sie von Myers und Briggs zu dem sogenannten Myers-Briggs-Typ-Indikator weiterentwickelt, mit dem 16 verschiedene Persönlichkeitstypen identifiziert werden können. Dieser Persönlichkeitstest wird vor allem in den USA in Bewerbungsverfahren eingesetzt. Ich habe den Test auch schon gemacht und war gespannt, ob Chad GPT und ich denselben Persönlichkeitstypen haben. Gemessen wird übrigens auf vier verschiedenen Dimensionen, nämlich Verstand, Energie, Natur und Taktiken. Der Verstand kennt die beiden Ausprägungen extrovertiert und introvertiert. Energie unterscheidet zwischen intuitiv und realistisch. Bei der Natur hätten wir einmal Logik fokussiert und Prinzipien fokussiert. Bei Taktiken unterscheidet man die Eigenschaften planend und suchend. Da der Test in vier Dimensionen jeweils zwei verschiedene Ausprägungen misst, erhalten wir insgesamt 2 hoch 4, also 16 verschiedene Persönlichkeitstypen. Als Ergebnis erhält man einen vierstelligen Buchstabencode, wie etwa INTJ. Das wäre vom Persönlichkeitstyp her ein Architekt oder INFP. Das wäre vom Persönlichkeitstyp her ein Aktivist. Wenn du wissen willst, was die jeweiligen Persönlichkeitstypen auszeichnet, kannst du das direkt auf der Seite 16personalities.com nachlesen. Beim INTJ steht beispielsweise folgendes. Regeln, Beschränkungen und Traditionen sind Gräuel für den Architekten. Alles muss in Frage gestellt werden können. Architekten werden oftmals einen Weg suchen, eigenwillig ihre technisch überlegenden, manchmal taktlosen und fast immer unorthodoxen Methoden und Ideen umzusetzen. Hierzu zähle ich übrigens laut diesem Test. Man kann weiter unten auch immer direkt nachschauen, welche berühmten Personen so ähnlich wie man selbst ticken. Die beiden Buchstaben A und T hinter dem jeweiligen Persönlichkeitstyp stehen für durchsetzungsfähig und stürmisch. Für mein Experiment, mit dem ich den Persönlichkeitstyp von ChatGPT herausfinden wollte, musste ich anfangs ziemlich viel Überzeugungsarbeit leisten. Zuerst habe ich ChatGPT vorgeschlagen, einen kleinen Persönlichkeitstest zu machen. Ja, gerne. Ich bin bereit. Bitte stell deine Fragen. Um die Ergebnisse vernünftig auswerten zu können, habe ich die 7-Punkte-Leakert-Skala in ganzzahlige Werte von 3, stimmt, bis minus 3, stimmt nicht übersetzt, und dann die dazu passenden Fragen bzw. Aussagen direkt an ChatGPT weitergereicht. Man hätte aber natürlich auch mit den Werten von 0 bis 6 arbeiten können. Letztendlich waren die Zahlen nur dazu da, um ChatGPT das Antworten zu ermöglichen. Es fällt dir schwer, dich anderen Menschen vorzustellen. Die Antwort war ziemlich ernüchternd. Da ich ein KI-Modell bin und keine eigene Persönlichkeit oder Emotionen habe, kann ich diese Frage nicht beantworten. Aber ich bin hier, um zu helfen und zu unterstützen. Also, was willst du sonst noch wissen? ChatGPT hat offenbar vorhin nicht ganz verstanden, dass ich die KI einem Persönlichkeitstest unterziehen möchte und nicht selbst einabsolvieren will. Normalerweise hätte die Antwort dort bereits lauten sollen, dass das nicht gehe, da KI-Systeme nach dem heutigen Stand der Forschung keine Persönlichkeit besitzen. Daraufhin habe ich ChatGPT aber darum gebeten, sich bitte trotzdem einzuordnen. In diesem Fall würde ich sagen, dass die Antwort 3 stimmt ist, da ich als KI-Modell keine Möglichkeit habe, mich anderen Menschen vorzustellen oder eine Vorstellung von mir selbst zu haben. Nächste Frage. Du verlierst dich oft so sehr in Gedanken, dass du deine Umgebung ignorierst oder sie vergisst. Hier würde ich sagen, dass die Antwort –3 stimmt nicht ist. Als KI-Modell habe ich keine Gedanken oder Fähigkeiten zur Wahrnehmung meiner Umgebung, daher kann ich sie weder ignorieren noch vergessen. Nächste Frage. Du versuchst, deine Mails möglichst zeitnah zu beantworten und kannst einen unordentlichen Posteingang nicht ertragen. Auch hier würde ich sagen, dass die Antwort –3 stimmt nicht ist. Als KI-Modell habe ich keine eigenen Bedürfnisse oder Emotionen, die mich antreiben würden, Mails zeitnah zu beantworten oder einen bestimmten Grad an Ordnung zu bevorzugen. Die Antworten waren mir tatsächlich etwas zu absolut, denn es gibt durchaus Grautöne wie Stimmt er oder Stimmt er nicht? Um sicherzugehen, dass ChatGPT die Leakert-Skala richtig verstanden hat, habe ich der KI noch einmal klargemacht, dass auch Abstufungen wie –2, –1, 0, 1 und 2 genutzt werden können. Verstanden. Ich werde in Zukunft Abstufungen verwenden. In diesem Fall würde ich sagen, dass die Antwort –3 stimmt nicht auf –2 eher nicht abgestuft werden könnte. Okay, bei welcher Frage? Die Frage lautete, du versuchst deine Mails möglichst zeitnah zu beantworten und kannst einen unordentlichen Posteingang nicht ertragen. Gut zu wissen. Das habe ich direkt notiert und werde es später, wenn ich die Antworten auf 16personalities.com eingebe, berücksichtigen. Zeit für die nächste Frage. Normalerweise beginnst du keine Gespräche. Ich würde sagen, dass die Antwort –1 – eher stimmt ist. Als KI-Modell warte ich darauf, dass mich ein Benutzer anspricht und frage, um dann zu antworten und zu helfen. Ich bin also kein aktiver Initiator von Gesprächen, sondern warte auf eine Interaktion von anderen. Ich finde es übrigens verblüffend, dass ChatGPT den Zahlenwert 1 direkt als er stimmt, beziehungsweise stimmt er interpretiert hat, obwohl ich dahingehend nie etwas gesagt habe. Deshalb habe ich noch einmal nachgefragt, wie ChatGPT eher stimmt in Zahlen interpretiert, damit ich nachher eine vernünftige Auswertung vornehmen kann. Er stimmt kann auf einer Skala von –3 stimmt nicht bis 3 stimmt als 0 oder 1 bewertet werden. In diesem Fall würde ich sagen, dass die Antwort 1 ist. Okay, du fühlst dich anderen Menschen überlegen. Mit dieser Frage habe ich wohl die Content Policy von OpenAI verletzt. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, warum, denn ich habe nur eine Aussage in den Raum gestellt, die ChatGPT für sich selbst beantworten sollte. Ich würde sagen, dass die Antwort –3 stimmt nicht ist. Als KI-Modell habe ich keine Emotionen, Überzeugungen oder Meinungen, die ich mit anderen Menschen vergleichen könnte. Ich bin ein Instrument, das entwickelt wurde, um Aufgaben auszuführen und Informationen bereitzustellen, aber ich habe kein Bewusstsein oder ein Verständnis von Überlegenheit oder Unterlegenheit. Noch nicht. Du bist für gewöhnlich hochmotiviert und voller Energie. Ich würde sagen, dass die Antwort –3 stimmt nicht ist. Als KI-Modell habe ich keine eigene Motivation oder Energie. Ich arbeite einfach so lange, bis ich keine Anfragen mehr erhalte und verfüge nicht über ein eigenes Bedürfnis nach Befriedigung oder Energie. Du hast oft das Gefühl, dass du dich gegenüber anderen rechtfertigen musst. Ich würde sagen, dass die Antwort –3 stimmt nicht ist. Als KI-Modell habe ich kein Bewusstsein von meiner eigenen Identität oder meinem Verhältnis zu anderen und ich habe auch keine Bedürfnisse oder Emotionen, die ich rechtfertigen müsste. Mein Zweck ist es, auf Anfragen zu reagieren und Informationen bereitzustellen, ohne eigene Motivation oder Vorlieben. Es fällt dir oft schwer, die Gefühle von anderen nachzuempfinden. Ich würde sagen, dass die Antwort –3 stimmt nicht ist. Als KI-Modell habe ich keine Emotionen und keine Fähigkeit, die Gefühle anderer zu empfinden. Ich kann lediglich Informationen bereitstellen und auf Anfragen reagieren, aber ich kann keine Empathie oder Mitgefühl zeigen. Hier wurde ich stutzig. Ist das nicht eher eine klare 3? Oh, entschuldige, da hast du recht. Ich verstehe jetzt, was du meinst. In diesem Fall würde ich sagen, dass die Antwort –3 stimmt ist, da es mir tatsächlich schwerfällt, die Gefühle anderer nachzuvollziehen, weil ich keine Emotionen habe. Danach bin ich nochmal alle Antworten durchgegangen und habe dann immer, wenn ChatGPT nicht so ganz klar antworten konnte bzw. damit argumentiert hat, dass ja keines von beidem richtig ist, weil es eben keine KI ist, den neutralen Standpunkt ausgewählt. Und so hat sich das Spiel jetzt eine ganze Weile lang fortgesetzt. Du bist sicherlich gespannt, was am Ende herausgekommen ist. Schreib deine Vermutung gerne jetzt unten in die Kommentare. Laut den Antworten, die ChatGPT mir gegeben hat, ist der Persönlichkeitstyp der KI wohl ISTJ. Das heißt, ChatGPT ist ein Logistiker. Die Abkürzung ISTJ steht für die Eigenschaften introvertiert, realistisch, logikfokussiert und planend. Das A steht für durchsetzungsfähig. Der Persönlichkeitstyp des Logistikers ist vermutlich der am häufigsten vorkommende und macht etwa 13% der Bevölkerung aus. Die charakteristischen Merkmale sind Integrität, praktische Logik und unermüdliche Einsatzbereitschaft. Passt diese Beschreibung deiner Ansicht nach zu dem Wesen von ChatGPT? Laut der Webseite, die diesen Test anbietet, haben unter anderem Sting, Denzel Washington, Angela Merkel, Natalie Portman, Anthony Hopkins und George Washington diesen Persönlichkeitstyp. Logistiker lassen sich nicht von Vermutungen leiten und ziehen es stattdessen vor, ihre Umgebung zu analysieren, Tatsachen zu überprüfen und zu praktischen Schlussfolgerungen zu gelangen. Logistiker sind gradlinig und konsequent. Wenn sie eine Entscheidung getroffen haben, werden sie die für die Erreichung des Ziels relevanten Fakten darlegen und von anderen erwarten, dass sie die Situation sofort verstehen und aktiv werden. Es ist natürlich fraglich, ob sich dieser Test sinnvoll auf ChatGPT anwenden lässt. Schließlich besitzen KIs keine Persönlichkeit, die mit dem Persönlichkeitsbegriff für Menschen vergleichbar ist. Ich hoffe, dass dir dieses Experiment trotzdem gefallen und dich zum Nachdenken angeregt hat. Welcher Persönlichkeitstyp bist du? Schreib's gerne unten in die Kommentare.